Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem 8.11.2020 ist Sonntag und ihr hört die Geek Talk Daily 910. Heute Apple Pay, HomePod Mini, Brandenburg, Spotify und Google Fotos. Ja, es ist Sonntag und ich hatte Lust auf eine Daily. Deshalb kommt sie jetzt. Heute 507 Millionen geschätzte iPhones sind es anscheinend, die Loop Ventures mittlerweile ermittelt haben möchte. Ein bisschen Zahlenraten aus den Quartalszahlen raussaugen und dann den Finger in die Luft und mal ein bisschen rumgeschoben. Das wären ca. 51% aller iPhone-Besitzer, die mittlerweile Apple Pay bei sich aktiviert haben. Das kann ich mir immer mehr vorstellen, zumindest wenn man gesehen hat, wie stark in den letzten Wochen und Monaten Apple Pay gewachsen ist und wie viele Banken da immer mehr dazukommen. Natürlich, es gibt immer noch diese grossen, lustigen, wie in der Schweiz die Postbank, welche eben das nicht einführt. Aber ja, es gibt auch solche, die es eben tun und zwar in letzter Zeit massenweise. Und Covid-19 und die ganze Hygienegeschichte rund um das analoge Geld haben da natürlich sicherlich auch dazu beigetragen. Weiter geht es mit dem HomePod Mini. Seit dem Freitag ist er jetzt bestellbar. Ab 14 Uhr ging es los und das Ganze ging dann auch ziemlich schnell hoch. Ja, sogar sehr hoch. Mittlerweile ist die Lieferzeit auf den Januar 2021 angereichert worden. Ziemlich heftig. Ich denke mal nicht, dass da nur Apple Verknappung mit was dazu beigetragen hat, sondern auch das Preisschild, was ja bei euch in Deutschland zumindest bei 96,50 Euro nicht wirklich hoch ist für ein Apple-Produkt. Und ja, ich bin gespannt. Und Test dürfen auf sich warten lassen. Mal schauen. Vielleicht haben wir nächstens auch mal was im Pocipsi.ch Blog darüber zu berichten. Oder im Geek Talk Podcast, je nachdem. Dann gibt es für alle Besitzer eines Blackmagic Item Mini, einem Videomischer, den ich euch nächstens ausführlich im Pocipsi.ch Blog vorstellen werde. Da gibt es Neuigkeiten dazu. Ein Firmware-Update, das ziemlich praktisch und wichtig ist. 8.5.1, mittlerweile sogar .2 draussen, aber dazu mehr im verlinkten News-Beitrag. Es gibt Input-Monitor-Verbesserungen. Es gibt frei konfigurierbare Tastenhelligkeit. Ein Ding, das es eigentlich schon von Anfang hätte geben sollen, aber ich bin froh, dass es da ist. Und der Speicher, der integriert ist, nicht mehr flüchtig. Dinge, die sehr, sehr praktisch sind und man installieren sollte, wenn man denn so ein Gerät besitzt. Dann gibt es Neuigkeiten aus Berlin. Da verzögert sich wieder mal was. Nee, nicht der Flughafen, der hat ja geöffnet und ja auch, glaube ich, schon wieder geschlossen wegen neuem Lockdown. Aber ja, die Tesla-Fabrik, die ja nicht weit davon entfernt ist, die verzögert sich und verzögert sich. Eigentlich sollte per 1. Oktober zumindest die Lackierstelle oder die Lackiererei, jetzt ist gegangen, ein Teil des ganzen Buildings gebaut werden. Das verzögert sich jetzt noch weiter, weil auch da irgendwelche Themen sind, die noch abgeklärt werden müssen. Anscheinend laut RBB, genau, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, hat auch Elon Musk selber angerufen und nachgefragt, wie es denn da aktuell drum so stehe. Wie immer, die ganzen News und Beiträge sind verlinkt auf dem daily.giktok.ch-blog und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Und weiter geht es mit Spotify. Die haben ja immer wieder mal den Weg oder sind immer wieder mal am Suchen, wie sie noch mehr Geld machen können. Sie möchten ja auch und müssen ja auch für die ganzen Investoren etc. Und da geht es diesmal nicht darum, wie sie noch mehr aus der Musik rausquetschen können, sondern jetzt geht es den Podcastern an den Kragen. Ich habe ja damals schon, als Spotify eingestiegen ist in die Podcast-Welt, gesagt, dass das noch ein unschönes Ende nehmen könnte. Denn ganz klar, Spotify baut sich hier ein grosses Universum auf, um damit nachher Geld zu machen. Natürlich, zum einen ist es angedacht, mit Werbung, also das heisst die Podcast-Formate vorher, nachher in der Mitte und überall mit Werbung anzureichern. Zusätzlich ist man jetzt aber auch mit einer Umfrage dran, am rauszufinden, ob man nicht eventuell vielleicht auch da ein Abo anbieten könnte. Keine Werbung im und vor und nach und hinter und über dem Podcast, sondern einfach der Kunde, der bezahlt. Und aktuell liegt es so zwischen 5 und 8 Dollar. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da die Nutzerschaft oder die Hörerschaft von Geek Talk Daily dazu sagt. Gerne Feedback dazu über den Blog, über die ganzen Social Media Kanäle, aber natürlich auch per E-Mail und so, wie ihr uns immer erreicht. Da bin ich gespannt. Da werde ich auch nächste Woche in die Geek Talk News Folge mit dem Achim und dem Mike ein bisschen darüber diskutieren. Und zu guter Letzt geht es noch weiter im Bereich des Zahlens. Google Fotos, ein Dienst, den man eigentlich immer mit seinen eigenen Daten und in diesem Fall halt mit den Bildern bezahlt hat. Da kommt jetzt neu hinzu, dass Google auch ein bisschen experimentiert und zwar gehen jetzt gewisse Features, zumindest aktuell mal eins, um Bilder zu bearbeiten, hinter eine Bezahlschranke. Wer Google One Kunde ist, das ist so das Pendant zu Apples iCloud, der kann da gewisse Funktionen mehr nutzen. Und ja, auch da bin ich sehr gespannt, wie das ankommt. Zum einen bezahlen mit den Daten, also den eigenen Bildern und dann auch zusätzlich mit Geld, was man da reinschmeisst. Auch dazu dürft ihr gerne Feedback da lassen. In diesem Sinne, bis bald. Euch einen schönen Sonntag, Restsonntag muss man ja mittlerweile sagen. Und morgen dann einen guten Start in die Woche mit dem Achim, wenn alles klappt. In diesem Sinne, bis bald. Euch, euer Pogipsi. So rum. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.